So Leute, wir sind zurück bei Techit und genau, ich wollte einen Safe aufstellen, unten im Keller. Für was brauchst du den Safe, man? Da kann ich nicht drauf zugreifen. Ja. Du baust keinen Safe. Ja, wenn uns irgendwas in die Luft fliegt. Ja, der Bauer Obsidian Jazz. Ich habe aber jetzt den Safe gebaut. Da kann ich nicht drauf zugreifen. Ja, das, dann musst du mich um Erlaubnis fragen immer. Ja, ich baue den einfach ab, ist mir scheißegal. Wenn du das schaffst, kriegst du von mir am Montag 10 Euro. Kann man den nicht abbauen? Nein. Den kannst du nicht in die Luft sprengen. Also wenn ich den jetzt platziere, dann bleibt der für immer da. Ja, das sagst du jetzt. Warte noch. Ne, ich stelle ihn jetzt hier unten im Keller in die Ecke. So. Wenn ich jetzt einen Waypoint macht, dann siehst du den aber nicht, oder? Ne. Ja gut, weil ich habe mir da gerade einen gemacht, damit die weiß, wo ich rüberbauen muss. Nicht, dass da ja dann das Let's Play behindert. So, dann tu mal den ganzen Scheiß hier mal rein, den Safe runter. Wie willst du dich in den Safe packen? nahe aber du hast jetzt gehen und da so ich komme zu bauen ein Zettort ich habe können sie jetzt um Robine Saphir und Emeralds gelegt und sieben das ist wohl ein Nein, 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 nein. Nein, 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 verdammt. Denk mir noch so, ich, ich hab mir doch so gedacht, ich hab nen jetpack dran, das geht schon. Dann fallen mir auf einmal ein, ey Moment, ich hab' gar kein jetpack. Das war ein Singibayer. Ach geil. Wie geil und ich muss die Maseratoren mal wieder befüllen. Wir haben so Badbox und sind bestimmt schon voll unten. Keine BATBOX Was? Ich hab BATBOX gesungen? Ach so, naja, das wär scheiße Was wollt ihr noch sagen? Jetzt sehe ich meine ITEMs da wieder liegen Vielleicht kann ich euch das ein oder andere erinnern Letztes Mal sah ich meine ITEMs nicht am Boden liegen nicht weißt du das noch damit ja ich hab kein Alzheimer ja ich auch nicht da passt ja so Kaktus Green ich wollte eigentlich zu schauen hey wo hat der David sein selber davon wo 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 scheiße Jetpack starten scheiße ich hab gar kein Jetpack der Schock dann in dem Moment wo wir klar wo wir klar geworden ist dass ich kein Jetpack nicht haben nicht ach scheiße ich bräuchte noch ein Steak Glas da muss der Zorn nehmen und schmelzen ich habe ja sonst seit der letzten Folge also ist jetzt meine Idee ja da kann ich jetzt das Klaus hier schon mal nehmen er ist meine Ahrung da ist bei der Titel ist das ist auch eine PX ja ich sage auch eine PX die Welt ist lässig Kursi schweizig Prozent und damit es so und so ist es ein X so braucht Worte stehen und ich bereits ich brauche noch die Sonatzeile nachgott ist ein Energie der ich habe es war der Shortcut hat für Prozent Minimap was ist da der Piri und K Prozent das ist Komma oder Punkt ich bin mir nicht sicher der Komma ja Punkt es ist heute nicht jetzt ist es ist ja so schön vergessen was ich machen wollte ich äh Energy Link genau er erkenne ich ist so wie Molzheimer hat ja ja kennst du ja Eigentor aber watt für eins äh was sprech wir ein Thema und ich hätte eins falsch falsch ja mach aber danach verlieren wir alle unsere Zuschauer ich hab ruhig keiner zu höchst Iron Gear ja mach ja dann halt nicht ne geht nicht so jetzt hab ich die Iron Gear kommt in die Mitte nach Gott was ist die Wurden Kronen der KS Pipe liegt im Keller echt oder nee ich weiß nicht er wurden Pipe liegt halt im Keller ja haben wir wurden Pipe da drin in dem Ding weil sonst ist meine Daten in der Kiste liegt der Wurden Pipe Ah da ist Holz drin Näh das vielleicht auch ja Wurden Transport Pipe ja die brauchst du ja und dann nur Redstone dazu Aha kennst du dich aus ja ich hab das gerade nachgeschaut ne oh Gott ich brauche noch einen Kompressor oh Gott ey alter chill mal als habe ich dir den Redstone geben gib mir mal den Redstone wieder liegt im Project Table aber wir haben aber eh keine Golden Pipes mehr aber ich kann nämlich ich kann mir noch welche machen wuhu doch wir haben noch Golden Pipes die liegen im äh Project Table 8 8 Golden Pipes im Project Table 8 Golden Pipes ja und 2 Goldene Zahnräder ey wie kommen da die da rein ja Goldene Zahnräder weh du nimmst die die brauch ich für den Energy Link die brauchst du die Tanks auch die da drin sind die Tanks brauch ich auch sondern für die Waters Trainer ah ja wo wir jetzt die PIPES sind hey die PIPES haben sie jetzt bei mir in Goldbahn verwandelt mich ja du hast die Goldbahn rausgenommen ja aber habe ich mir gerade doch so jetzt hast du die Gold das ist unglaublich ja genau Redstone wollte man auch noch nehmen das mal ein Maschinenblock 1 2 3 4 äh Maschinenblock Maschinenblock hohe Nien du kommst zurück und dann brauche ich noch Koppel Kruppel die hätten wir äh es nimmt Formen an ja mein Projekt nimmt auch Formen an und ich kann jetzt das gleich anschließen dann wird das von der Quarry automatisch ins Lager gepumpt aha steht zwar dann noch im Hintergrund ich muss es dann erst noch an eine dieser Kisten anschließen und später werden wir dann auch irgendwann noch einen Filter hinzufügen ja 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 ich habe keine Ahnung von was du redest aber ja ja das ist ja mein Themengebiet und nicht deins ja so so ich habe es gleich mal 10 Electronic Circuits gemacht hast du einen Vogel? ja weißt du wie oft wir diese Scheißdinger brauchen ja stimmt auch wieder so hier so rum oder andersrum so rum passt schon jetzt noch drei von diesen Steinen hier und Glas brauchen wir auch noch ähm Steine kommen da rein und jetzt haben wir einen Kompressor ach Gott die muss ich als wir es erst wieder anschließen ach Gott die muss ich als wir es erst wieder anschließen also wo haben wir die Copper fuck so wie du das das Koppelkabel für die für die äh für den Ding rauskaut du kannst im Let's Blade einfach das Flughafen anfangen da redet der Richtige jetzt hängt die Fackel da dran oder die Fackel hängt da dran ähm hab ich keine Schaufel dabei doch schon dabei so hörst du schon wieder Nacht? ja hä das geht doch viel zu schnell nein äh da wir haben fast die komplette letzte Folge am Tag verbracht eher auf die Stimme es ging trotzdem zu schnell ja es ist um Kompressor habe ich jetzt jetzt brauche ich die sind nur die Schöne sind nur die Scheiße n die Gegenteil die der richtigen Du kannst ja Brose machen, eben. Ja, aber wäre trotzdem besser, wenn wir das hätten. Ich glaube nicht, dass wir Brose einfach so haben. Na, ich glaube schon. Ja, ich habe recht. Ja, irgendwann ausnahmsweise, ne? So, Mixed Metal Ingrid haben wir jetzt. Das kann jetzt in den Kompressor rein. Man darf da jetzt mal kompressieren. Pff, da war das schlecht. Das war jetzt eigentlich kein Witz, das. So. So, dann pennen wir mal. Ich muss mein Inventar mal auswählen. Das war dein Handy. Hat man das gehört? Ja, das hat man aber volle Kanone gehört. Oh, Mist. Ah, mein Stuhl. Ich habe aber schon gedacht, das Bett ist jetzt zusammengebrochen. Ach, ja, weil ich am Bett lieg, ne? Ne, ne, natürlich nicht. Äh, was? Haben wir jetzt gerade in die Scheiße geritten. Reitest du? Ne, ich nicht. Aber ich kenne da jemanden, der reitet. Mhm. Den kennst du auch. Den? Ja, den ohne Kack jetzt. Den. Und den kennst du sogar ziemlich gut, ey. Junge, der hat auch voll was zu tun mit Kanal und so. Und nein, Tim reitet nicht. Also. What the f... Oh. Wusste ich gar nicht. Naja, ähm, weiter einsortieren. Warum habe ich mal... Ach, drum habe ich mal dabei. Hast du jetzt wirklich alles Glas verschwendet? Ich habe alles Glas im Inventar. Ja. Ja, dann gib mir mal bitte was. Ja, aber ich brauche jetzt ein bisschen was. Ich brauche... Ich brauche zwei oder drei Blöcke. Ah, das war sehr schlau, weil ich es ja nicht eingesammelt habe. Nein, ich habe... Brauchst du noch was? Ich habe zwei Blöcke. Reicht mir eigentlich. Oh Gott. Es gibt eh immer auch die Pipes, ne. Es ist eh recht großzügig. Eins. Eins. Zwei. 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 Pascht. So. Und jetzt kann ich endlich die restlichen Water Strainer machen. Äh. So, 16 Water Strainer hätten wir jetzt. Energy Link. Ach du kacke. Ich habe hier gerade eine Diamantkiste abgebrochen. Ja, die ist aber schon noch da. Ja, die Kiste schon. Die muss ich jetzt erstmal wieder kriegen, ne. Wie lange hat man da Zeit? Zehn Minuten. Ach ja, reicht gleich. Ich stelle jetzt daneben eine normale Kiste hin und sortiere da schon mal ein bisschen Crapline. Äh. So. Und. Ja, ich habe die Diamantkiste bekommen. So. Und was war da noch? Ein Copper Kabel. So. Und jetzt habe ich auch einen Energy Link. Ähm. Dann. Wo sind jetzt die. Ja, die Golden Waterproof Pipes. Haben wir da. Ich hätte sie eigentlich mit einer Wooden Pipe rauspumpen können, ne. Ja. Aber. Ja, okay. Jetzt waren wir jetzt zu umständlich. Da habe ich natürlich dran gedacht. Ja, ja. Du denkst immer an alles, ne. Ja, im Vergleich zu dir. Ja, ja. Äh. Wo war am Stieblem? Sehen wir? Siehste? Sehen wir? Siehste? Sehen wir? Siehste? Siehste? Äh. Ich weiß gar nicht, ob die Ankündigung jetzt. Ich glaube, die Ankündigung kommt zu spät. Welche Ankündigung, ey? Also die würde, sie würde zu spät kommen. Ja, dass FIFA jetzt vielleicht weitergeht. Hahaha. Also ich glaube, da ist am, ne. Am Samstag ist noch keine Folge gekommen, aber am Montag ist einer gekommen. Oder kommt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Diese Folge kommt, glaube ich, am Dienstag. Ich habe keine Ahnung, wann diese Folge kommt. Ja, das wäre ein Wunder gewesen. So. Ich habe da noch was vor. Hä? Warum ist jetzt die Kiste leer? Sind da nicht schon welche gekommen? Welche? Also Items? Ah ne, die stecken alle hier fest. Ja, warum ist die? Ist die... Ist die Haus. Ja, dann ist die Haus. Ja. Baust du das Zeug eigentlich schon irgendwo hin, oder? Welches Zeug? Ja, das Waterstrainer. Ja, die baue ich jetzt gleich da. Dösel. Warum baut die nicht weg? Warum baut die nicht weg? Also, ja, ist wurscht. Äh, nein. Du bleibst noch da. Gedösel. 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 Gedingsel. Ich habe was vor, aber das brauche ich noch ein paar. Äh, erstens noch ein paar. Also, da wird direkt die Chests, wenn man reingeht, wenn man durchgeht hinten, wird die für Quarry. Im Lager oder im Haus, oder? Im Lager. Ja, das... Das musst du dazu sagen. Äh... Entschuldigung. Ich bin heute so wieder so verpeilt. Äh, weil Fieferaufnahme ging es noch heute, aber... Aber jetzt, jetzt ist es wieder... Ich bin auch voll verpeilt, ey, vom ganzen Chemie-Quark lernen, ey. Ach, du hast schon angefangen. Du noch nicht? Ne. Ich bin schon fast fertig ohne Scheiße. Ich habe heute so viel Chemie gelernt, wie noch nie. Ich wahrscheinlich so viel Chemie habe ich es ganz jahr nicht gelernt, wie ich heute gelernt habe. Naja. Ähm... Ne, die tue ich jetzt mal nicht hier rein, die tue ich jetzt mal hier rein. Ah, da ist noch eine Axt. Gut. So, ich muss jetzt gleich mal in die... in die Keller schauen, ja. Mit dem Pronomen habe ich es heute nicht so. Boah, ich hoffe, das mit deinem Mikro ist wirklich nicht in der Aufnahme, ey. Hä? Ich hoffe, das mit deinem Mikro ist wirklich nicht... Ja, 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 ich habe es schon verstanden, aber... Was ist damit? Ja, es hat sich ja gerade wieder so scheiße sagen können. Ja, wenn es sich einmal scheiße anhört. Ja, nur schlimmer als normal, ey. Danke. Man kann natürlich auch alles falsch auffassen, wenn man will, ne? Ja, wenn man will. Und ich will. So, Tank. Aber... Dann kann ich den... Na, die... die Pumpe starte ich jetzt mal noch nicht. So, so. Zwei Tanks brauche ich noch. Dann werde ich nämlich etwas machen. Nicht versuchen. Ähm... Ja, obwohl eigentlich ist es schon versuchen. Aber du weißt doch sicher hundertprozentig, wie es geht, ne? Ja. Das will ja auch hoffen. Ne, ich werde was machen, weil ich habe es, was ich noch nicht ausprobiert habe. Es ist... Oh, er improvisiert. Es ist auch das erste Mal. Normalerweise wird immer alles voll sorgfältig vorbe... Ach, kacke, ey. Wie wäre es, wenn du deinen Ton von deinem Handy ausschalst? Schalten würdest. Da, irgend so ein Idiot grad... Oh, es war Flo. So. Ich brauche weitere... Transport Pipes. Habe ich noch irgendwo Kaktus Green? Soll ich hier drin... Ne, mal gucken. So, unser Kaktus-Farm da unten. Ah, jetzt habe ich wieder kein Internet oder was? Verarschen! Grad hat die aber nur welches. Du musst jetzt nicht auf dein Handy schauen. Zwar wichtig, also zumindest ein bisschen. Ach so, irgendein Depp schreibt dich an, aber es ist wichtig. Ja, ein bisschen. Ah, tu dein Handy weg, tu dein Handy weg. Ja, ich habe es gemerkt. Voll die Störgeräusche hier. So, dann haben wir wieder ein bisschen Kaktus, ne? Kaktussee. Du musst mal den Baum hier wegmachen. Wo… De-de-de-de-de-de-de… Der, der da schreibt, meine ich. Wer, ich? Ja, du. Warum, ich? Ja, weil, du... weil die Zuschauer das nicht sehen wollen. ja das hast du entschieden, was die Zuschauer sehen wollen oder was? ja, das haben sie mir geflüstert ah ja, spielst du da heimlich stille Post oder was? ne, heute vor der Physikstunde ja dann war sie plötzlich irgendein der vor allem, vor allem, weil sie heute keine Physik hatten ja, stimmt ja, das war, was weiß ich, was wir was weiß ich, was wir heute hatten, ey Vollzeit-Youtuber, ey ja, sicher so ist es gedanklich ja, ist genau ich stelle hier mal nicht deine Chest, weil man langweilig ist, ne ja, äh, also dem ist es keine Diamond Chest, du ignorant sondern nicht Crystal Chest, ja wir haben ihn noch einmal und ich spuzzi weg dann kriegen wir unsere Drogen, ja ich spuzzi weg habe ich wieder internet, oh okay, ich höre auch mich während der Aufnahme mit was anderes ich höre nicht, es ist nicht so warten oh kack, ich habe aber auch mal Stoppurlaub bitte ist die weiterglauben ich habe schon wo es ist schon bei über 18 minuten es soll vollkommen aber auch der warte was hat meine stopp wurden meine stopp wurde sagt moment und verdammt so leute ihr habt ihr wieder eine folge in den überlänge hier heute am start wir bedanken uns fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lassen betten leichter wenn das projekt weiter verfolgen wird können wir uns natürlich abonnieren oder das projekt einfach so weiter verfolgen das er das war's ey also dann bis zum nächsten mal und ciao tschüss